Gut, hoffentlich, aber wenn sie doch wollen, dass wir ihnen helfen, dann sagen sie es uns einfach, okay? Hm, mal überlegen. Ja, du könntest mir bei etwas helfen. Aber klar, raus damit. Was ist das? Pass auf, ähm, mach genauso weiter, Luna. Immer. Und gib niemals auf, niemals. Lerne aus deinen Fehlern und versuche immer, ein guter Mensch zu sein. Respektiere die Menschen an deiner Seite, würdige ihre Anstrengungen und achte darauf, dass sie auch deine würdigen. Lass dich nie unterkriegen, Luna. Lebe deine Träume. Immer. Und zwar am besten mit all deinen Freunden zusammen. Du weißt ja, du wirst dich immer auf mich verlassen können. Immer. Und sie sich auch auf uns. Ja, gut. Okay, Küsschen. Ciao. Hey, Luna, ist Juliana wieder da? Nein. Das wäre zwar schön, aber nein, sie war nur hier, um ihre Sachen zu holen. Gary hat sie gefeuert. Und na ja, dagegen können wir leider nichts tun. Das ist echt bedauerlich. Aber manche Dinge kann man auch rückgängig machen. Wie in meinem Fall. Deinem Fall? Was soll das denn heißen? Gut, wenn du mir hilfst, sag ich es dir. Wir müssen Jim und Jam unbedingt davon überzeugen, mit mir eine Band zu gründen. Eine Band? Ja, eine Ladies Band. Genial, oder? Das ist mir eingefallen. Mir allein. Ich weiß nicht, wie Delphi das rausgefunden hat, um es nachzumachen. Ich hab nichts gegen Delphi, aber die ursprüngliche Idee stammte von mir. Da ist sie ja. Was sie wohl zu ihnen sagt? Was ist das, Delphi? Heute ist nicht mein Geburtstag. Was? Nein, meine auch nicht. Mädels, das weiß ich doch. Aber egal, ich hab sie gesehen und so früh an euch gedacht. Oh, meine Güte gefallen die mir. Ich liebe die grüne Wächte. Ich hab gedacht, dass ich mal die Schaffeln im Grüntöne habe. Ich wusste, die gefallen euch. Seht ihr, wie super gleich wird? Ja, richtig stimmt. Warte, Delphi, das ist doch nicht, um uns zu überzeugen. Von was überzeugen? Ja. Davon eine Band zu gründen. Ich behalte aber trotzdem. Quatsch, Mädels, überhaupt nicht. So was würde ich nie tun.